hallo zusammen ich möchte mit dir heute noch mal eine kurze meditation machen um so ein bisschen rückblick auf deinen tag zu nehmen das heißt die meditation ist am besten gedacht am abend um einfach die fragen reflektieren zu können und dann darfst du dich entweder hierzu auch auf den rücken legen oder dich bequem hinsetzen in deinem schneidersitz oder vielleicht auch in deinem fersensitz und dann lade ich dich ein deine augen hier zu schließen und dann achte mal auf deine wirbelsäule und deine schultern mal zurück dass deine hände entweder auf deine knie fallen oder in deine oberschenkel und dann bring mal ein kind leicht richtung brust macht deinen nacken mal ganz lang und beobachte hier deinen atem spüre einen moment wie du zur ruhe kommst spüre wie sich bei der einatmung deine bauchdecke sich hebt und wie bei der ausatmung die bauchdecke wieder absinkt spüre in der einatmung wie sich dein brustkorb hebt wie in der ausatmung wieder absinkt und dann mal tief durch die nase ein und durch die nase aus tief ein und aus und dann mal in deinem atem rhythmus man auch immer da eine einatmung kommt und man da eine ausatmung folgt und dann spüre mal in dich rein wie es dir jetzt in diesem moment gerade geht auf einer skala von 1 bis 10 wie glücklich warst du heute und warum für was bist du heute dankbar was möchtest du morgen besser machen und was hast du heute tolles erlebt und dann bringt den fokus zurück auf deine atmung nochmal tief ein und ausatmen tief ein ausatmen ein letztes mal tief einatmen und ausatmen darfst du langsam deine augen wieder öffnen und dann hoffe ich dass du dich ein bisschen entspannter fühlst und wünsche dir noch einen restlichen schönen Tag und dann